So, ich sag Moin Moin zu einer neuen Runde Wiberfelde Multiplayer mit Herbie. Moin, ich habe einen ganz besonderen Anlass. Genau, 500 Abonnenten, wuhu. Geil. Wir wären auch mehr Leute gewesen, hätten wir den Fehler, den wir gerade gefunden haben, heute schon eher gefunden. So wie immer, wenn man es organisieren will, dann klappt es nicht. Genau, wenn mehrere Leute dabei sind, hat es wieder nicht funktioniert. Aber beim nächsten Mal, ich denke, die nächsten Tage kommt auf jeden Fall irgendwas. Wir haben auch schon durch initialisiert und wir fangen auch direkt mit einem Verkehrsunfall. Aber wie gesagt, auch von der anderen Seite erstmal fettes Danke an 500 Abonnenten. Total cool. Ja, ich denke, dass da demnächst wohl das ein oder andere coole Video kommt oder eventuell, keine Ahnung, was ganz interessant ist. Lassen wir uns auf jeden Fall was überlegen. Und, ja, dann da wieder mal eine Runde, wa? Yo, auf geht's. Ich habe mal so das rübergeschickt, was ich da habe. Bistu kommt von der 2. Oh, bist du glaube ich auch schon unterwegs. Du kannst ja mal, äh, was hast du jetzt alle noch dabei? Okay, schickst du deinen 2er RTB von der 1 auch noch los? Ja. Okay. Ich schicke ihn von unten los. Ah, erstmal wieder organisieren hier. So, fahren wieder alle rein. So. Kannst du auch noch einmal schneiden oder soll ich? Ja, ich schneide auch nochmal. So, ich schicke ihn von unten los. Sieht doch schon mal gut aus. Ach du, auf jeden Fall. So, wir verletzen schon raus. In zwei Nähte, wir sind da. Den mittleren kann ich wohl hinnehmen. Ja, der braucht auf jeden Fall einen, oder? Ja, ich guck mal hin, ich sichte mal. Ja, meine auch. Alle einen. Ach komm, dann schick doch hier. Schick den von unten noch hoch. Willst du das von der 2er? Ja, ich schick den 2er hoch. Na gut. Hedi wäre jetzt ein bisschen blöd. Man hat sich gerade im Stadtgebiet auch schlecht laden. Ja, das geht ja nicht im Stadtgebiet. Das geht nicht. Na gut. Ah. Ja. Auf den Weg. Ja. Ja. Ich nehm den mittleren mal weg, ne? Ja. Dann geh ich direkt ins Auto. Ja. Führe in unserer Weg. Wunderbar. Da kannst du auch ohne Probleme mit dem Valkanghaus anfahren. Wunderbar. Da gibt es noch keine Kapazitätsschwierigkeiten. Wo ich das gerade so sehe, da hätte ich ja auch schön eben mit dem First Responder mit dem Sagray rüber können. Eigentlich wohl, ne? Das wäre doch genau sein Ding gewesen, ne? Ja. Nur bei 10 Uhr, das Fiber, das macht gerade erst auf. Passt schon. Ah, verdammt. Na, das fang mit meinem auch schon mal Richtung Valkanghaus, ne? Ja. Ich fang auch mal an abzuholen, da. Was gibt's? Auf den Weg. Ach, mein Wüstwagen segelt auch schon mal auf. Ja, unterwegs. So, jetzt kommt auch die Abschlepparmada. Was gibt's? Ich lasse ein Fahrzeug noch mal eben da. Ja. Ja, ich dachte, mein Highlight auch noch mal stimmt. Ja, falls da doch noch irgendwie Öl liegt oder sowas. Ja. Hm. Ich möchte jemanden mit dir im Abschleppen... Ja ne, umfassbar. So. Sieht gut aus. Wunderbar. Schwedein. Jo. Einrücken. Das haben wir doch 1A gemeistert. Das denk ich auch. So. Erstmal wieder was aufs Streife schicken. Mach ich. Hast du denn noch was da? Ja. Na, Notarzt fehlt mir grad aber das. Ich hab schon einen von oben wieder Fragen, schick ich damit hin. Okay. Wird ausgeführt. Ja. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Oh. Wunderbar! Hauptsache Maya Farben brennt heute nicht. Ach du, wer weiß was so passiert, ne? Kann ich Notarzt als First Responder schicken? Jo, okay. Wenn ich das wüsste wo es ist. Ich glaub in der Bude drin, ne? Fuck, Turner Sturz. Obwohl, ich hab noch ne Erte, glaub ich. Hast du? Ja, hast du jetzt geschickt. Ne, es ist schon zu spät. Na dann, du hast ja mal gut zu tun heute hier, ne? Na gut, aber wenn die mit First Respondern beschäftigt sind, ne? Ja, klar. Ist ja Klassiker, fahr mal eben gucken, ne? Ach du, VT. Ah, siehste, ich bin doch sofort da. Kannste so einpacken. Wunderbar. Aber ich nehm nur Tragen mit, ne? Jo. Ist denn Arbeit? Schon unterwegs. Oder geht das auch sitzen? Wird umgehend durchgefüllt. Wird umgehend durchgefüllt. Wahrscheinlich. Ja, das Fraktur nach Sturz, ne? Das ist wahrscheinlich bis zum Umgut. Ja. Ah gut. Wird umgehend durchgefüllt. Warum sitzen die bei dir nicht? Kommt doch an. Das war halt, die längste Fraktur ist ja... Ja, fachgerecht abgearbeitet. Wunderbar, jetzlichen Dank. Ah, kein Problem mehr. Unkompetenten BF-Nodearzt. Ja, das sind die kompetentesten. Das wird uns der Kamera bestätigen wahrscheinlich. So. So. Ist noch ein Polizeiauto da steht. Auf geht's. Da hab ich... Ah, jo. Dank ihr. Mein Motorrad. Geht auch auf große Tour. Das ist so ein Motorrad, bitte. Oh. Du. Kein Wölkchen am Himmel. Wunderbar. Richtig. Ganz im Gegensatz zum... zum echten Leben. Nur Wolken am Himmel. Jo. Nice. Jo. Gut, da kommt meine Bullerei hin. Ich glaube... Wie viele Verletzer haben wir da irgendwo? Drei? Ich schätze drei, ja. Okay. Komm, ich schick dir mal... einen NIF. Ein Polizeiwagen kommt von mir, von der anderen Seite. Okay. Die Feuerwehr kannst du ja eigentlich... komplett alleine machen, oder? Ja. 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 Wird gemacht. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Okay? Drei Verletze. Ja. Drei? Ja. Okay. Schon unterwegs. Ja. 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 Ich hab dir meine kompetentesten Mitarbeiter geschickt. Wunderbar. Wunderbar. Oh, ja. Ich seh's. Ich weiß nicht, ob das schon wem aufgefallen ist, aber... Ja. Bei mir fürs Respondern die Karte wissen wir ganz gerne. Beziehungsweise... Ja. Du. Ist halt Rettungsmittel knapp im Moment, ne? Ja, klar, klar. Dann ist die auch mal transportiert. Ja, klar, klar. So, schauen wir doch mal. Höre. Wenn unterwegs. Ja. Okay. So. Was spätzt die für jetzt? Eine von denen ist schon behandelt. Das ist wahrscheinlich die. Ja. Auf dem Weg. Ja. Okay. Ja, die könnten aber tatsächlich... Beide, glaube ich, über den Oberanz wegführen. Was ich nicht gesehen habe. Ja, der rechte nicht. Aus dem schwarzen Pkw. Okay. Ähm. Ja. Ja. Jetzt wollen wir mal rein gucken. Gut. Von mir noch hoch. Oh. Jetzt habe ich natürlich das akute Abdomen ganz signiert. Auf dem Weg. Magst du deine... Das akute Abdomen habe ich auch gar nicht mehr... Das habe ich gar nicht gesehen. Magst du dein, äh... Den NEF? Den NEF? Von der 2 hochziehen? Oder... Obwohl ich kann meins auch hochziehen. Das geht auch. Oder wenn er nicht erforderlich ist. Auf dem Weg. Ja. Gehst du in Arbeit. Mhm. Ja. Bin unterwegt. Fehlt ein RTW, ne? Er kommt schon von mir. Achso. Von der BF 2 auf 9 runtergeschickt. Was gibt's? Auf dem Weg. Höre. Schon unterwegs. Red unterwegs. Höre. Alles klar. Auf dem Weg. Höre. Schon unterwegs. Höre. Und der ist er ja. Das macht wie auch super geil, ne? Hauen alle ab und lassen den einen dann noch liegen. Höre. Höre. Bleib auf dem Weg. Höre. 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 Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ja, immer wieder, ne, weißt du noch. So. Uh, das wird doch eine spannende Folge hier. Mmh, geil. Da gucken wir doch mal. Auch noch nicht angemeldet. Hey, da muss jemand Haftbefehle vollstrecken, ne? Kraftbefehl. Ha, fehl. Gut. Ähm, du, der Sanddienst, der macht sich bei Pitstop breit. Ja, machst du vorne mit Polizei eben Straße vorne und hinten dicht? Ich hab noch nichts in dem Gebiet. Ja, ich probier einfach mal alles dicht zu machen und du guckst, wie du da nicht geregelt werden musst. Ja, Widerstand. Du kannst aber Einsatzstopp machen, falls du das noch nicht hörst. Natürlich, mal lebe ich jetzt. So. Die Mäusezähnchen, ey, die werden schon sehen. So. Ja, du weißt, es gibt Ärger, ne? Ja. Rondale, sag ich dir nur, ne? So. Du, SEG ist schon alarmiert. Schön. Ich schick ein Polizeimotorrad vorne zur Straße hin. Okay, meine Seite ist komplett dicht. Ja. Von der anderen Seite kommt gleich noch. B-Polus unterwegs. Ja, sehr gut. Feuerwehr, stell ich dir gleich auch schon in Bereitstellung an. So. Ja, ja. Das geht auch noch. Angegeln. Gut. Bereitstellung an Rücken der Rettungswagen, das ist in der Zufahrt zu meiner Wache. Ja. Ähm, Feuerwehr schickst du mit? Ja, hast du ja jetzt schon. Tatsächlich haben die ja auch schon Krawall angekündigt, deswegen wird auch schon der Löscher gefaut. Oh Gott. So. So. Back in. Ja. So, meine beiden Notärzte sind bereit fürs Zeltchen, vorne ist ein bisschen Rettungsdienst, äh, Polizeistau an der Straße, Bepo kommt jetzt drauf. Was ist das für ein Schäler hier? Ah, Mann, ey. Was hast du? Ne, hier ist ein normales Polizeifahrzeug vorne zu langsam gefahren. Ernsthaft? Eins, zwei, drei, vier Piepen oder was? Vier nur? Ich dachte, du gibst richtig Stress jetzt. Ja, gib doch richtig Stress jetzt. Er geht sofort mit Wasserwerfer ran. So. Aber finde ich gut, dass du hinten schon einen Löschangriff gestellt hast. Das finde ich super. Ja, das ist... Sonst gibt das gleich wieder Randordi, ne? So. Ja, geht hier. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Was gibt's? Ja? Bin unterwegs. Höre. Superfist. Widerstand, 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 Widerstand Oh, gut. Ja. Kann losgehen mein Weg, ne? Okay. Was sagt ihr, wann es losgeht? Du wärst ready, ja? Mhm. Okay, es geht los. Widerstand! 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 Ja, ja. Sooo. Bin schon unterwegs. Bin unterwegs. Widerstand! Ja, ja. Bin unterwegs. Kann es wohl sein, dass die anderen jetzt auch ranadieren wollen? Wo denn? Die werden so langsam zu dir gelaufen kommen. Wer kommt da zu mir gelaufen? Wie, die Bande hier? Ja, ja. Eventuell. Böre. Böre. Böre, Böre. Böre, 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 Böre. Ja. Ja. Widerstand! Widerstand! Ja. Ja. Wollen auch noch, die wollen auch noch. Fressbrett hier. So. Sonst noch irgendwelche Arbeiter, die Stress wollen. Tja, du. Ich nehm die da hinten auch noch fest. Na, besser ist. Ich die Zelle im Keimer stecken, bevor irgendwann mal irgendwelche Probleme auftreten. So sieht's aus. So. Kennen wir doch diese Überraschung. Kennen wir doch. Ah. Oh, hier. Auf dem Gelände prügeln die sich ja auch. Wo? Was ist das denn? Ach da! Mensch! Ich bin unterwegs. Verdammt, ich hab da keine Polizisten, ey. Der muss das nicht mal aufmachen. Ich warte, irgendwann kann ich das auch hier. Mühe rein. Widerstand! 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 Ja! Ja! Ach so. So. Ah, ein Bulle geht da um. Was gibt's? Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass das Gelände dazugehört, ey. Nee, ich auch nicht. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich konnten wir die auch noch gar nicht rüber laufen. So. So. Frage ist, ob die alle dazugehören. Nee. Nee, die machen nix. Jetzt sind zwei, drei, vier Plätze hab ich noch frei. Ja. So, sehr gut. Ja, im Weg. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Bin unterwegs. Ich geh trotzdem mal gucken, ob die Stress machen. Okay. Okay. So. Ach, da wird... Komplette Betrieb wird die leer gewöhnt. Ja. Aber ich, äh... Deskadiere die Lage schon mal so ein bisschen, ne? So. So. Für die Feuerwehr heißt es schon einrücken, ne? Ja, sicher. Abrücken. Rettungsdienst kann auch zurückbauen. So. Ne, das sieht mir friedlich aus. Jo, ist doch nett. Dann lass ich die mal langsam einrücken und schauen wir mal was passiert. Jo. Wunderbar. Ist sehr gut. So. Die Straße wird auch wieder freigegeben. Ja. Auf dem Weg. Roger. Das ist eventuell oben an der Straße mal mit deinem Motorrad eben die Polizeitraube da auflösen. Ja? Die kleine Polizeitraube meinst du? Jo. Zwei, drei. So. Ja, wunderbar. Sehr gut. Kannst den eins oder zwei hier schon abhaken? Ne, ich muss eben die Leute noch ins Gefängnis fahren hier. Achso. Versuch ich mich überhaupt ein bisschen in der 2 sein. Ja, ich hab keinen Stress, wa? Sehr gut. Demo, unangekündigte Großdemo. In den Griff bekommen! Killefits war das! Natürlich! Obwohl diese Demo da hier bei dem Marktplatz, die ist schlimmer. Das ist aber gewaltbereite Hooligans, ne? Ja, aber das hört ja auch irgendwie nie auf. Nee, da kommt immer irgendwie mehr. Du kannst irgendwie, so viel Polizei kannst du gar nicht da hinschicken dann, ey. Es sei denn, du fährst wirklich richtig früh an und sagst, die Leute sollen da nicht mehr rein, ne? Ja. Obwohl, dann greifen sie die Polizisten an, das ist ja auch irgendwie... Jo, sehr gut. Und dann kündigte Großdemo. Einsatz abgearbeitet. Fachgerecht abgearbeitet, keinen Verletzten. Du konntest ja wieder Einsatzstab machen, ne? Hab ich doch schon. Hast du da schon, sehr gut. Ach, sicher. Ja, also bei mir ist er grün. Hm. Bei mir tatsächlich auch. Wow. Okay. Ich bin unterwegs. Guck ich mal auf mein Wägelchen da auch noch. Oh. Na ja, es kommt hoch oder schneller. So. Wo läuft der denn jetzt? Ich bin unterwegs. Schon unterwegs. Sofort. Ja. Sofort. Ja. Sofort. 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 Der hat gar nicht. Der kann ja gar nichts. Jetzt wäh doch danach nicht mehr mit sich. Ist das schröss ey. Ha. Ist das schröss ey. Ach so nen kack ey. Keiner so р Organization. Taaaa. Aber hier, zwei Chicks dabei, ne? Toll. Das ist schon ein krasser Typ, ne, mit seiner Sonnenbrille und der Badehose, du. Gab's hier Stress oder was? Haben die Ladies ihn umgeboxt? Hast du das gesehen? Nein, leider nicht. Oh, ein krasser Dummeln. Das ist ja wohl ein krasser Dummeln. Wie war denn? So. Krankenwagen. Ja. Ja. Was gibt's? Hinnung für mich. Was macht das denn da? Ja. Faktur nur Stuhl. Vorab Info, ein Unwetter zieht auf. Ja, ist mal so, ne? Ja. Kann man nicht ändern. Was? Ja. 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 Auf dem Weg. Ja. Auf dem Weg. Ja, auf dem Weg. Ja, er ist schon ein geiler Typ mit seinem Segway, ey. Das ist schon... Ja. Ja, das ist schon ein geiles Easter Egg, das muss man also so sagen. Ja. Schöner Rucksack dabei halt. Sind das die in Ordnung, wie kommt der da hin? Oh ja, ja. Okay. Punkt. So, Punkt. okay ich hoffe es ist noch nicht viel nach okay doch halt nicht so feuerwerk von mir hoffen wir jetzt einfach mal die pünktlich kommt holst es so unterwegs ja du musst es mir wahrscheinlich ich hab zum glück mein late night karte wieder aber muss ich dir sogar von ziemlich weit unten schicken das war knapp wir unterstützen die kollegen vom lrf noch ein bisschen jetzt haben wir das auch quasi mal als lf genutzt das ist ja was schon öfter das ist mein türkensort oder kommt überhaupt kein anderes mehr hin da muss ich immer die großen geschütze hier ja auch schau richtig so Ja? Ein Nerv ist da. Wunderbar. Klasse. Hast du noch was? Äh, first bespottet doch mal eben. Ja, mach das. Ähm... Ich überleg mir was. Ich kann dir noch ein RTW von unten schicken. Du brauchst mir auch ein RTW von unten schicken. Nee, warte. Am Krankenhaus ist gleich einer frei. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Der steht hier auch, glaube ich, noch, oder? So... Hm... Ist das schon wieder da? Nee, kann nicht. Beziehungsweise guck gleich mal eben. Du, der muss gleich, der muss gleich wieder frei sein. Der ist ja da oben am Waldkram. Guck mal eben, wie viel schwer verletzt ist. Oh, der braucht auf jeden Fall 0. Könnte auch sein, dass wir gleich 2.0. Jetzt, jetzt kommen sie mit dem Scheiß. Moment mal. So. Liegt der auf der Autobahn, oder was? Oh, ganz wahrhaftig. So, so ein Kurbelkreislauf. Toll, da muss die Tür auch noch aufgemacht werden. Ach, Scheiße. Okay, hier das LRF wird abgezogen. Ähm, medizinische Versorgung muss mal eben anderweitig sichergestellt werden. Ja, ich schick von unten hoch. Gut. Dafür kümmert sich die Drehleiter auf den Baum auf dem Wasser. Was ist da oben mit deinem, ähm, Patienten? Also mit ihm hier? Mit wem? So, mein Erdreh ist frei. Okay. Oh, meiner ist auch wieder... Nee. Scheiße. Okay, Waldkranken ist auch... Waldkranken ist auch dicht. Der kommt nicht so schnell wieder. So. Kümmerst du dich um Autobahn gleich? Ja. Was gibt's? Bin unterwegs, wird's gemacht. Ah, Renovation. In erster Linie mal das mal. Ähm. Ich schick mir einen Notarzt. Ich schick mir das 3NF1 hier um. Ja. Das ist eine groben Einsatzstelle mit Türöffnung, ne? Ja. Du, einer ist sowieso... Ein Patient ist sowieso ex. Bei unserem... Oh. Korrekt. Okay. Nimm mal den Patienten. Ich ersetze mich gleich mit dem Notarzt bei dir waren. Gut. Ja, ex. Höre. Auf dem Weg. Ah, okay. Brauchst du denn jetzt noch einen RTW dabei, der Drehleiter? Nee, da bist du ja jetzt. Alles klar, ich geh in die Zahl. So. Ja. Auf dem Weg. Ich hab mal eben das mit meinem LLM-Stil entgegen. Schrei machen. Auf dem Weg. Ja. Okay. Wo dauerts jetzt drin? Jupp. Ja. Auf dem Weg. Okay. Und dann und dann. Ja. 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 So. So, gut, die fahren intensiv, na ja. Intensiv, sie kann den Haus verlieren. Jetzt kannst du auch durchfahren bis zur Einsatzstelle, wenn du möchtest. Nö, du, ich stehe hier vorne ganz gut. Na schön. So. So, Abschlepper kommen. Ich denke, dass du noch Öl wegmachen musst auf der Fahrbahn, ja. Ja. Mit 3 NF1 ist gleich eine Einsatzstelle, du kannst den Notarzt schon reinsetzen. Wo soll ich den Notarzt reinsetzen? Das liegt aber eher in meinem LRF oben. Achso, da. Bindung für mich. So. Auf dem Weg. Jetzt hat es den Leichenwagen wieder verpackt hier. So. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Auf dem Weg. So. Gut, der Baum auf Autobahn ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Ach. Keine Ahnung. Wunderbar. So, so ein Gruppe Kreislauf. Die fahren auch intensiv, Seekrankenhaus. So. Und. Mein LRF macht nur eben ein paar Ölflecken weg. Wunderbar. Wunderbar. Oh Gott, Wunderbar. Oh Gott, Wunderbar. Da hab ich was, aber ich weiß nicht, ob ich so weit drüber retten kann. Ich seh den noch nicht mehr. Da. Der ist weg. Das geht ja auch gar nicht. Ne. Schau. Da können wir nix gegen machen. Ja. Auf dem Weg. So. Ok. So an sich würde ich sagen. Dann trafen wir doch eigentlich eine ganze gute Folge, oder? Ja. Wenn er unserём Moment kommt. Ja, ich denke auch Verkehrsgefahrt und Raub Den können wir mal an der Seite schieben Richtig Ja, Freunde der Sonne Dann sagen wir nochmal gerechtigt Dankeschön für 500 Abonnenten Ich denke, dass in den nächsten Tagen Oder Wochen Wohl mal eine Info kommt Für was Spezielles oder sowas Und dann würde ich sagen, seid gespannt Bis demnächst Tschüss Ciao